Herzlich Willkommen in die Büro der Diplomatischen Mission für Frieden und Prosperität, die sich in der ganzen Welt verbreitet und versuchte Frieden zu stiften, auch mit der Entwicklung. Die Mission versucht immer ein Podium zu schaffen, wo ein Dialog dasteht zwischen Autorität, politischer, Wissenschaft und Aktivitäten mit Kultur und Sport. Weil Frieden ist ein großes Wort. Frieden bedeutet sich wohlfinden. Frieden ist ein großes Wort, wird manchmal benutzt, aber in Frieden lebt man, wenn man sich wohlfühlt. Und deswegen versuchen wir die Menschen. Hier haben wir unseren Gouverneur der Mission von Frieden und Prosperität, Dr. Sieski aus Albania. Er ist der Gouverneur, der Präsident, der hier alles leitet. Und die wollten wir ein paar Fragen stellen. Was kümmert sich die Diplomatische Mission? Was ist das Ziel dieser Mission? Was ist das Ziel der Mission? Was ist das Ziel der Mission? Was ist das Ziel der Mission? Es ist sehr lange, wir arbeiten sehr lange zusammen mit verschiedenen Organisationen. Dies ist für Frieden Einsetzen, aber auch den Frieden Schützen, wo es geht. Wie ist Dinge? Heute muss man sagen, wir sind jetzt nicht direkt als Missionare des Friedens unterwegs, sondern eigentlich Krieger des Gegens.